ja hallo leute hier sind wir schon wieder zur siebten folge könnt hinkommen oder? ja ja und unser plan sieht eigentlich vor dass wir noch ein bisschen dia suchen uns dann schnell verziehen weil ich glaube da sind wir recht offensichtlich so fünf Meter neben uns nicht mal in Gang von den Anderen ja ok ich kann das wir uns gleich verziehen und einfach dann an der Oberfläche gleich ein bisschen in die Stadt reinlaufen dann schauen ob da aber als erstes machen wir uns das Schaden des Tieres ja also nicht sagen ich geh drauf aber das uns keiner nachschauen da wird es wirklich nicht dann hat man den Kontext liegen äh ich hab geschrieben wir machen drei Folgen bist du schon da? ja ja ach da vorne dass du so weit weg bist von mir hi 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 ok Ambos aufstellen ich gebe mir das zweite Dealschwert und hier hast du geschafft uns zwei Dealschwert äh äh also ich schärfe 3 Dealschwertfächer äh Eisenschwertfächer besser ne ja aber vielleicht finden wir noch ein paar Deals ne im Moment ist das erstmal nicht schlecht also ich baue den Androschwertfächer ab geh mal weg und dann baue ich dir den Weg nach oben und dann soll ich dir noch schnell Lava einmal holen? ne ne ok ok ey baust du wieder mit die Orid unten zu? wenn du mir alles schnell bohrst ich hab's ja nicht mehr wo sie frei steht wie du was ok danke baue ich hier für uns einfach mal wieder zu wo ich muss ganz unten anfangen zu fausen schärfen zu also wer auch immer war der freut sich dass er von gegrüßt lief die Erde hatte gegrüßt zu werden uuuu ich glaube aber echt dass es die sich der Bingo sind na das werden wir schon sehen die Frage vorhin hab mir Jodik schrieben ich grüße ihn raus an dich Niohiros ähm er wollte uns snipen weil ich in der zweiten Folgen kurz bevor die es offen hatte schade für ihn dass wir dann kurz drauf gleich wegdampfen also hätte niemand die Chance gehabt uns zu finden aber netter Versuch ja Joro ich hab's nie wir sind uns im Finale wieder Joro und das wird den falschen gerechnet wir sind keine nur noch Druck ins Spieler wir sind echte Kämpfer ja ne ich wir machen das nicht zum ersten Mal wir denken schon mit ich nehm das Eisen einfach nochmal mit bis zu oben auch gerade nicht ja dann hab ich Zeit das Eisen mitzunehmen das soll sich jetzt besitzen dann vielleicht könnten wir unterwegs schauen ob wir ein paar Äpfel finden ja lass lieber mal ein paar Siebel zu lass lieber mal ein paar Spieler klatschen bis zu sagen yo und und hat sich bloß versprochen oder hier wo ich hab leu sorry dass ich kurz die vollgymnaden auskomme aber ah ok das bin ich an Erde nur ein bisschen ok haben grad eine tolle Nacht und oh das warste ja Ach, nein! Ich dachte, die hat schwierig... Ähhhh... Das ist genau die Hunde, die ich richtig hole. Äh, der Max hat doch mal die Koordinaten von vorne rein gebraucht. Richtig, aber die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Schmeckt noch mit? Schmeckt noch nicht aus. Komm, ich bin auch, ja. Machst du mich kurz beschützen da, weil das überall super... wo bist du? Ich hab halt den Schwein, da wo das Spielwerk produziert Ja, ich hab selber gegen Spielwerk gekämpft Hinter dem, also Sitzen kann ich schnell schauen, wie die Ecke schön geküßt Ich will das Schwein natürlich essen Ich will mich nicht schlafen, das Schwein zu töten Hatten der das... Hatten der die rein... Äh, in die Spam-Gruppe, glaub ich Oder in die andere Gruppe Ah, da, ja, da Äh, tu mein Chat-Rab 129 129, ja 129 129 129 Ja, wo bist du hin? Ich bin da vor dir Dann gehen wir jetzt Ich hab bloß noch ein bisschen Essen organisiert Okay, wir müssen genau in die Rüsten laufen Ist okay Oder? Ja Ne, muss man mit dem Und die andere Rüsten Mach bloß Können den Edgar da noch töten Äh, Verzeihung, den Schmetger Ja Ne, komischer Notfalls könnte ich die Cordis aufmachen Obwohl es jetzt eh gar kein Geheimnis Wenn wir zum Spawn laufen Ja Achtung, Zombie verlängst Ja Ah, ich seh die Startstoffe Die sind immer weit weg Ah Dann kann ich das Freilich wieder ausmachen Sind wir hier noch am Anfang zu Behör gelaufen Ja Ein Stück hier links neben mir sind wir immer im Auto Ja 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 auch los und doch Prozent weil dann in Lampen er könnte ich mir eventuell in der Gleitungsgruppe verraten wir, dass ich Falle baue, dass ich glaube ich weiß, dass ich jeden Falle so, hallo Ist euch übrigens auch gefallen, dass ich in der letzten Folge eine Falle gebaut habe? Schau mal genau hin, Leute! Dann werdet ihr es vielleicht sehen! Das ist auch wieder Slow. Ja, man schaut scheiße aus. Ich kann ja mal unter den Gräbern schauen, ob er da macht vielleicht dran geht. Ich glaube, der Max hat vergessen, in der Stadt irgendwas zu bauen. Was hat der Max eigentlich alles gebaut? Ich glaube, der Max hat wirklich vergessen, in der Stadt Kisten zu verstecken. Würde ich ihm sogar echt zufassen. Ich gehe in die Kirche rein, im Frieden. Ich gehe in dieses fette, grüne Klass. Ne, weil in der Kirche sind bestimmt Bücher egal. Tatsache mal rein, wenn ich mich schon da bin. Ich habe mich auch einfach über die Stadt mal drüber gebrannt. Ja, da ist interrekt drin. das neben mir gab es um die abgabend ist und nun für die Gottesdienst ein Zettel die Begrüßung wo gegrüßt mit dem Vorhaben er hat ein Schild als er im Ort ja auch aber die Lieber ein Haus das dahin gehen es steht auch drauf ja hallo finde mit diesem bricht ist eine kiste muss sehr gute sachen drin sind oder ich sage ich das können wir dann statt suchen nennen die folge ja ok da gehen wir hin wir haben noch sieben minuten da habe ich gar nicht gebraucht ich habe doch gar nicht vorhanden schreibt man schätzt 231 und da 30 131 das sind wir gleich sogar 31 das sind mehr 130 das sind wir auch in minus 75 da lang das hat er einfach hier in der nähe versteckt ich glaube ich weiß wo sie ist aber irgendein unter dem Grab ich glaube das ist dort drin ja hier drin wird es sein schütze ich muss bin ich hier richtig nein ich habe das Griechen gemacht ja da drin ist es, oder? bitte? 131 wie sind die Codis? da ist die da ist die ja was ist das? 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 ne und noch ein leeres Buch Onkel wir können uns auf unsere spitze Glück hauen das weißt du ich habe noch ein leeres Buch aufgelucht ja wir können uns auf unsere spitze Glück hauen ey ich habe die zu suchen ne dann können wir dir es aufbauen guck mal ich habe ein leeres Buch auch noch wie viel kostet das wenn ich das auf meine die ok zwei Level hab ich warte ich hol's mit auch schnell ich hab die zwei Level ich hab die zwei Level ich würde den küm dann haben wir eine halb kaputte Glück 1 spitze lass es halt mich schnell machen das kostet keine Zeit dann können wir noch weiter suchen hab ich auch schon zwei Level ok komm schauen wir uns noch ein bisschen weiter in das Startrum warte mal wo bist du denn? ey ich bin einfach hier unten beim Eingang links glaub äh rechts glaub so wir haben jetzt ne Glücksspitzhacke komm her wo bist du? richtig nice hier hier unten ich stehe ah da also das ist echt nice danke Max auf jeden Fall das ist echt nice ich würd sagen geh mal unten zum Rathaus so komm einfach den Weg da runter wo ich bin ok Max ich dachte du wolltest ihn verarschen aber ich hab auch gedacht ich hab nie die Idee gehabt das Buch zu lesen wer liest schon ein Buch da steht denn nicht mal drauf zu meinem Gottesdienst das Stand ist auf dem Buch äh ne geh mal die geh mal die ach du warst nicht du wolltest nicht mal das Buch lesen nö ich hab gedacht der verarscht mich hallo ah das hier hab Okl und Faro gebaut was hat denn da drauf geschehen hallo Finder oben siehst du vier Kisten wo Elemente drin sind äh die zum Erfolg in einem Kampf sehr ernst sehr notwendig sind aber pass auf das gibt eventuell Fallen viel Spaß und Glück aber damit machen wir bitte dann bauen wir uns einfach mal hoch aber auf jeden Fall immer drunter den Stopp da bau ich mich da rote das ist nicht so oh fuck oh fuck ich hab mein Wasser einfahren mit der war heute doch nicht da hoch wo ich mich hochbau bis zum Grund äh kannst du mir in Möbel gebrauchen war das ne Wolle uns ich glaub da war wirklich hoch team und vor dem war die hab ich ihm drauf oder lass da hoch gehen da oben ob er nach unter die Ompel ich bin schon auf dem Weg warum ist ein Ente oder bist du? bei dem Haus mit dem lila Dach, oder? können aber auch schon Okli und Faulo böse sein da war wahrscheinlich eine Falle oder das ist das ist ein Brunnen wir haben noch drei Minuten ich will halt wirklich noch zum Rathaus und in der Stadt mittig da muss ich bin jetzt schon wieder nicht wo wissen wir schon wieder und da bin ich doch neben dir ich sehe mal Niedernahmen hier irgendwas nee lass einfach zu schnell zum Rathaus gehen da und zur Lagerauslagen oder so das ist das Haus da unten in der Mitte du musst es von hier aus dem Dach sehen das ist direkt in der Mitte das ist aber dann auch kacke, oder? lass uns wie so die armen Straßenpäckler unter der Brücke da verstecken können wir machen, aber vorher schau, von hier aus siehst du schon die Stadt und das Rathaus ist das Haus in der Mitte wo ursprünglich mal das Wohn geplant war das hat ja dann nicht hingekommen, deswegen haben wir umziehen müssen wir haben noch zwei Minuten und dann können wir wirklich versuchen unter die Brücke zu gehen oder wir gehen in den Campingplatz also in den Straßenwagen da da hast du das Rathaus da hast du das Rathaus wie heißt du hier ein bisschen raus? äh, da müsste ich nachschauen ist ganz einfach mehr Williams Club aber ich könnte einfach mal da legen XP drum, nice das heißt dann mal ein Schand ich habe mich auf dem Auto wir sind so Wartobel das ist doch behindert, das ist ein Hastig so wie hier aus dem Auto das ist doch behindert, das ist ein Hastig hoffentlich war da wirklich keiner zu sind wo der Eingang gut der, das ist ein Wartobel oh maaa das ist einfach groben oder lass uns ... ne das ist ein bisschen viel oder lass uns ... ne ne ein doch noch nicht ich bin schon oben rein ist ein wir haben zu jeder hat auch keinen Eingang ich will einfach den Scheißdaten Stein ich hab ein PX klarer ist nix Das ist nix. Okay, dann geh mal schnell unter die Brücke. Emil Giiiiiii. Ja, ich hab kein Wassereiber wegen. Emil Giiiiiii. Muss was essen, sonst verweck ich hier noch. Emil Giiiiii. Das schaffen wir nicht mehr unter die Brücke. Geh mal in den Wohnwagen da rein. Schaffst du das noch zu mir? Nein. Hi, hier. In dem Wahn äh... Komm, lass schnell. Lass schnell hochrennen. Zur Brücke? Okay, muss ich mich beeilen. Den Wohnwagen und Simmelmenü hier und hier in der ersten Folge. Na ja, soll ich auch sehen. Lass sie im Wald aufschlagen. Hier. Ich bin bei dir. Ich muss hier aufschlagen. Okay. Okay. Ja gut, wenigstens haben wir das Glücksbuch. Sonst weil es die Folge eigentlich nicht so premium, aber... Das Buch ist geil. Ja, wir haben jetzt ne Glücksspitzhacke. Wenn wir dann nämlich Diamanten finden, haben wir schon mal das große Los, dass wir uns dann schneller die Rüstung machen können. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ja. Ciao. 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 Ciao.